Ja, ich bin hier in Sun & Art in Lauterbach, ein Sonnenstudio und mich interessiert der Beauty Angel. Ich bin schon seit einiger Zeit sehr neugierig geworden, weil ich habe das Ding schon einige Zeit beobachtet, konnte mir nichts darunter vorstellen. Jetzt bin ich so neugierig, dass ich das Ding einfach testen möchte. Und ich habe hier den Chef, den Betreiber des Sonnenstudios und möchte von Ihnen einfach wissen, was kann das Gerät, was bewirkt es, bevor ich mich da jetzt reintraue. Ja, können Sie mir das vielleicht kurz erklären? Der Beauty Angel CVT 42 wurde von Ergoline gebaut. Bei diesem Gerät ist es sehr interessant. Es hat ein neuartiges Licht, das ist ein Infrarotlicht, das eine Hautverjüngung durchführt. Mit in diesem Gerät ist eine Vibra Shape Blatte. Mit dieser Blatte können Sie trainieren. Das heißt, jeder Muskel, der in Ihrem Körper ist, wird von diesem Gerät angesprochen und wird aktiviert. Also das heißt, wenn ich jetzt in dieses Gerät reingehe, werden meine ganzen Muskeln wie im Fitnessstudio doch trainiert oder wie darf ich mir das vorstellen? Ja, genau. Im Fitnessstudio brauchen Sie zwei bis drei Stunden, bei diesem Gerät 15 Minuten und haben fast dasselbe erreicht wie im Fitnessstudio, weil wirklich jeder Muskel angesprochen wird, auch die Muskeln, die Sie im Fitnessstudio nicht erreichen können. Also ich stelle mir das jetzt so vor, ich stehe jetzt vor diesem Gerät, was ziemlich normal wie ein rundes Solarium für mich aussieht, sehe zwar unten am Boden irgendwelche Fußabdrücke, was haben die auf sich? Ganz einfach. Die Fußabdrücke sind einfach dafür da, dass man den idealen Punkt erwischt auf der Vibrationsplatte. Das heißt, Sie stellen sich mit Ihren Füßen auf diese Füße drauf, die auf dem Boden sind und dann haben Sie den optimalen Punkt erreicht. Also das heißt jetzt für mich, das ganze Gerät vibriert? Genau. Das Gerät vibriert. Ja. Nach der Seite, nach vorne, nach oben, nach unten, so dass wirklich jeder Muskel, jeder angesprochen wird. Und was heißt das für meinen Körper, die Auswirkungen jetzt auf meinen Körper? Kann ich mir vorstellen, dass meine Zellen dadurch aktiviert werden? Ja, alles, es wird alles aktiviert. Der Blutkreislauf wird angestrengt, das heißt, das Blut kann besser zirkulieren. Dadurch werden die Selbstheilungskräfte des Körpers aktiviert und auch die Hautzellen. Es wird alles angesprochen von diesem Gerät, was man im Körper an Muskeln hat. Wie sieht das aus? Es leuchtet ja jetzt auch. Also ich sehe hier die Röhren. Ja, bewirkt sich das positiv jetzt auf, wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, manche haben Winterdepression. Wie sieht das damit aus? Ja, auf jeden Fall. Das Infrarotlicht, das hier verwendet wird, ist ein Infrarotlicht auf 360 Nanometer. Früher hat man dieses Licht zur Wundheilung genommen und dabei hat man gemerkt, dass das eigentlich noch viel, viel mehr kann. Und es reaktiviert wirklich wieder die Hautzellen. Man muss sich das so vorstellen, die Kollagenstränge in der Haut werden mit der Zeit oder ab einem gewissen Alter trocknen die einfach aus. Dadurch ergibt sich eine Faltenbildung. Dieses Licht bewirkt es, dass diese Kollagenstränge wieder mit Feuchtigkeit gefüllt werden. Die Haut kann sich wieder glätten. Es entsteht eine Hautfüllung. Also auch wenn ich jetzt, wie viele Frauen ja und auch ich leine darunter, sage ich ganz ehrlich, bei Cellulite. Kann das das wieder regenerieren? Ja, ganz regenerieren jetzt vielleicht nicht. Aber es macht auf jeden Fall eine deutliche Verbesserung des Hautbildes, indem die Vibra-Shape-Platte eben jeden Muskel anspricht, die durch Blutung aktiviert wird und das Rotlicht dazu, dass die Kollagenstränge im Prinzip in diesem Bereich auch wieder aktiviert, sodass mit Sicherheit ein deutlich besseres Hautbild entsteht. Ich habe in dem Prospekt, wo ich mich natürlich vorher eingelesen habe, habe ich noch gesehen, das kann auch zur Gewichtsreduzierung benutzt werden. Was können Sie mir da drüber sagen? Ja, man hat also wirklich festgestellt, im Fernsehen hat man das ja gemacht bei RTL, man hat zwei Personen genommen. Eine Person hat eine Gewichtsabnahme gemacht mit einer ganz normalen Diät und die andere Person hat den Beauty Angel dazu mitgenommen. Und diese Person hatte zwei Kilo mehr Gewichtsabnahme gehabt. Ganz einfach, wie wir schon sagten, es entsteht durch diese Rüttelplatte im Prinzip, wird der ganze Körper aktiviert. Es kann auch besser entschlacken. Also es ist einfach nur genial. Also fürs allgemeine Wohlbefinden optimal, wie ich jetzt. Ja, also das würde ich jetzt aber auch gerne mal persönlich testen, wenn Sie mir das jetzt schon so schmackhaft erklärt haben. Ja, jetzt stehe ich hier im Beauty Angel, habe tolle Belüftung, tolles Display, den Chef dabei. Jetzt möchte ich, dass Sie mir das Gerät erklären. Ja, jetzt als allererstes müssen Sie sich erst mal richtig hinstellen. Bitte auf den dafür vorgesehenen Fußabdrücken. Oh ja. Ja, genau. Gut aufgezeichnet, ja. Ja. Okay, so steht das nicht. So passt das ganz prima. Und Sie werden dann sehen, Sie stehen optimal auf dieser Platte. Gut. Das Gerät ist jetzt schon an. Normalerweise drückt man die Starttaste, es geht an. Dann hat man hier zwei Pfeile. Das ist die Menüführung. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Menü drücken. Das ist die Körperlüftung. Sie könnten jetzt mit Plus und Minus die Lüftung noch stärker oder schwächer stellen. Ja, also drücke ich mal auf Plus. Genau. Gut. Ja. So, dann gehen Sie einfach in der Menüführung weiter. Das ist die Lautstärkeregelung für die Musik. Mhm. Sie gehen weiter. Das ist der Voice Guide, den wir gerade hören. Das Gerät sagt Ihnen, was Sie machen können und wie es funktioniert. Ah, super, klasse. Also habe ich eine komplette Anleitung dabei. Nein, wenn ich weiter wive. Genau. So, die nächste Taste haben wir nochmal. So. Jetzt haben Sie Vibrashape angewendet. Jetzt einfach mit Plus und Minus weiterschalten. Wenn Sie jetzt auf Plus halten, haben Sie das Programm 1. Was heißt das Programm 1? Das Programm 1, merken Sie es? Ja. Das Programm 1 ist wirklich für Einsteiger gedacht. Man sollte langsam anfangen mit dem Programm und das Programm 1 zwei bis drei Mal machen, wenn man das erste Mal unter den Turm geht, die ersten zwei, drei Mal, das mit dem Programm 1. Sie merken wahrscheinlich bis hoch in die Halswirbelsäule, dass da etwas passiert. Ja. Das, wie ich vorhin schon sagte, jeder Muskel... Also für Einsteiger wäre das Programm 1. Genau. Dann haben Sie die Möglichkeit, jetzt einfach auf die Plus-Taste... So, jetzt haben Sie das Programm 2. Sie merken, es ist ein bisschen... Es ist eine stärkere Vibration von unten. Genau. Das wird jetzt stärker, das vibriert auch anders. Und das Programm ist jetzt schon für Leute, die etwas, ja, schon mal jetzt auf der 1 waren, sportlich auch ein bisschen fortgeschrittener sind, ein bisschen Sport machen. Da kann man das Programm 2 nehmen, ist genial. Ja. Also schon für die leichte Sportbetreiber oder so? Genau, genau. Das ist schon für Fortgeschrittene. Dann gehen Sie wieder auf die Menü-Taste und das Programm 3. Das Programm 3 ist schon für Spitzenspattler, also wenn man richtig gut Fußball spielt, sage ich mal, oder Handball spielt, Eishockey und macht in der Woche ein paar Mal Training oder geht in der Woche ein paar Mal ins Fitnessstudio, da ist das Programm 3 dafür geeignet. Sie merken das jetzt sicher auch. Ja, ich merke das von der Stärke der Vibration, ja. Das geht richtig los. Ja, sehr intensiv ist das, ja. Das ist auch das intensivste Programm hier, Trainer. Und also das haut schon richtig rein. Also für die Beauty-Schönheit können Sie mir die 1 erstmal empfehlen. Als Einstieg und dann kann ich langsam drauf aufbauen. Weiter, langsam aufbauen. Ja, super. Dann haben wir das Programm 4 noch. Das Programm 4 ist sehr gut geeignet, wie wir vorhin schon angesprochen haben, für Zellulite zum Beispiel, weil das die Durchblutung so anspricht, dass es eben in diesem Bereich, wo die Zellulite stattfindet, durchblutet wird. Oh, ich merke es sogar im Gesicht. Ja, Sie merken das wirklich, einfach hier wieder auf Menü und das Programm 4 weiterschalten. Sie werden jetzt merken, das ist nicht ganz so intensiv wie das Programm 3, aber es ist anders. Es geht viel mehr in den Körper hinein und es passiert da eigentlich am meisten. Ja, also es aktiviert. Es aktiviert total. Ja, super. Na, dann werde ich jetzt mal einen Härtetest fahren. Ich werde es einfach mal nutzen. Ja, und hinterher werde ich berichten, jetzt ist es sehr schön angenehm, ich spüre das sehr stark. Ja. Und dann werde ich berichten, wie es mir gefallen hat. Okay. Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und ein tolles Gerät hier in Lauterbach. Dankeschön. Ich wünsche Ihnen auch alles Gute und ein gutes Rütteln. Danke. Ja, jetzt habe ich den Beauty Angel nutzen dürfen und ich sage, wow. Ich war so angenehm überrascht, es war herrlich. Das Licht da drin war für mich wie in der Lichttherapie. Ich habe schon mal so eine Vibrationsplatte im Fitnessstudio genutzt und ich muss sagen, ja, super. Also, total relaxed, sehr angenehm, sehr warm, sehr positiv bin ich überrascht. Da bin ich ganz ehrlich, weil ich gehe gerne auf Solarium zum Abschalten, aber das ist was ganz anderes. Also, das geht Körper, Geist und Seele, das tut mir also richtig gut und ich kann es nur weiterempfehlen. Ja, auch aus Zeitersparnis für, sage ich mal, ich habe die Zeit nicht für ein Fitnessstudio und das wäre für mich eine Alternative. Die Knie sollten leicht gebeugt sein. Das hat man vorhin vielleicht vergessen, das Gerät sagt das aber auch noch, die Knie sollte man leicht durchbeugen, nicht durchstrecken, denn wenn man die durchstreckt, dann kann es wehtun. Weil diese ganze Vibration ja und das Körpergewicht dazu, das geht nicht so gut. Also, leicht durchgebeugt, ist eine super Musik drauf, man kann auch ein bisschen tanzen. Ja, also sehr locker, ja, ich kann mich dazu im Rhythmus bewegen, sage ich mal. Ja, genau. Was ich auch als sehr angenehm empfand, ist das Licht, wie eine Art Lichttherapie, ich sage mal auch, gerade Winterdepressionen oder es war sehr angenehm, warm, ja, was können Sie mir dazu noch sagen? Ja, es ist eine Lichttherapie, die es sehr gut tut. Also, dass es, wie schon gesagt, nicht nur diese Hautverjüngung macht, es ist auch für Geist und Seele hervorragend. Also, es geht auf den ganzen Körper. Es geht wirklich auf den ganzen Körper. Ja. Dieses Gerät dann noch in Verbindung mit einem Solarium, das heißt, wenn man zum Beispiel erst auf dieses Gerät geht, braucht man nur noch die Hälfte Zeit, die man normalerweise nutzt für ein Solarium, das heißt, da kann man natürlich auch Geld sparen, indem man wirklich nur die Hälfte braucht, da sich bei diesem Gerät die Poren öffnen und die Bräunung vom Solarium viel mehr angenommen wird und viel schöner ist eigentlich wie normal. Ja, wie ich mitbekommen habe, wie sieht das da aus mit der Altersbeschränkung? Bei diesem Gerät gibt es keine Nebenwirkungen, das heißt, es ist kein UV-Licht, es ist ja ein Infrarotlicht. Dadurch gibt es keine Altersbeschränkungen. Es können Menschen draufgehen mit zehn Jahren, zwölf Jahren, ja, das macht gar nichts. Im Gegenteil, es bewirkt sogar was Gutes, weil früher hat man zum Beispiel Jugendliche, die so ein bisschen Hautprobleme hatten mit Neurodermitis oder auch mit Pickelchen und solche Sachen, Akne. Ja, die hat man ja auf Solarium geschickt. Darf heute nicht mehr sein. Aber bei diesem Gerät dürfen die jungen Menschen drauf und es bewirkt Wunder. Man muss es einfach testen, ausprobieren. Jeder erste Test ist hier bei uns sowieso kostenlos. Man kann es probieren und kann für sich schon beim ersten Mal merken, ob es gut ist oder nicht. Die älteste Person, die bei uns hier auf dieses Gerät geht, ist 85 Jahre alt und der Frau tut das sehr gut. Also ist es nicht nur für junge Leute, sondern auch, ich sage mal, für jedermann gedacht. Für jedermann gedacht, ich sage mal von zehn bis bis hundert. Und ich denke mal, je eher ich damit anfange oder was mache, ist es ja auch zur Vorbeugung. Ja, auf jeden Fall. Denke ich mal. Auf jeden Fall sehr gut geeignet. Super, also ich werde jetzt einen Langzeit-Test bei Ihnen machen. Ja, also sehr angenehm und ich kann es nur weiterempfehlen. Wie kommt das, dass es hier im ländlichen Raum, ich sage mal Lauterbach ist für mich ländlich, so ein Gerät versteckt bei Ihnen steht? Ja, wir arbeiten ja sehr mit Ergolein zusammen und jede Neuerung, die Ergolein hat, wie jetzt zum Beispiel dieses Infrarotlicht, versuchen wir natürlich unseren Kunden zugänglich zu machen. Bei diesem Gerät hat das ja super geklappt und wenn es wieder was Neues gibt, hoffe ich, dass wir das natürlich auch wieder bekommen. Klasse, ja. Dann machen Sie weiter so. Vielen lieben Dank für den Test, den wir hier machen durften. Aber ich denke mal, für unsere Zuschauer auch sehr interessant, bedienerfreundlich, sehr angenehm. Ich fühle mich jetzt richtig schön wohl. Jetzt darf ich Sonntag machen. Alles Gute für Sie, ja? Für Sie auch. Dankeschön. Danke. 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 Vielen Dank.